schönen guten tag und herzlich willkommen hier in der fontanetherme in neuropin mein name ist brigitte jakutek und ich bin seit mitte februar 2007 hier im ressortmarkt brandenburg das besondere hier in der terme ist unsere thermalsohle die aus circa 1700 meter tiefe direkt gefördert wird diese sohle die hier gefördert wird haben wir zum einen in unserem gradierwerk dann haben wir es in den becken im außenbereich im erdgeschoss und im schwebebecken im saunabereich das heißt man schwebt wirklich in diesem becken die muskulatur ist ganz entspannt weil die sohle einen auf der oberfläche trägt und auch die inhalation im gradierwerk ist sehr gesundheitsfördernd